Die Justizpolitik der Frau Merck ist eine Politik nach gutherren Art. Also man weiß eigentlich nicht genau, wo man dran ist. Es geht einmal einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Einmal wird gesagt, dass alles richtig gelaufen ist. Jetzt plötzlich steht es so da, wie wenn doch was falsch gelaufen ist. Also man sieht, die Frau Ministerin weiß eigentlich nicht, was sie will. Und sie ist letztlich eine Getriebene, auch vom Landtag. Und sie sucht verzweifelt nach einem Ausweg und findet diesen nicht. Wir können ihr sagen, der einzige Ausweg, der für sie da ist, ist der des Rücktritts, beziehungsweise des Herrn Ministerpräsidenten, dass er diese Dame endlich entlässt.